Wie würde eigentlich ein Coca-Cola-Handy aussehen? Dieses Jahr bringt Realme zusammen mit Coca-Cola dieses Smartphone auf den Markt. Da war Pepsi schneller, 2015 sah das Pepsi-Phone so aus. Das Design vom Colafone ist der frische und kann sich durchaus sehen lassen. Auch haben wir einige Soundeffekte. Das Empfangen von Nachrichten hört sich etwa so an und wenn wir Fotos machen, kommt dieser Sound zum Einsatz. Auch die App-Iconics auf dem Colafone sind stilecht und wurden angepasst. Im Lieferumfang ist auch noch etwas Merch erhalten, besonders stylisch diese zwei Teile hier. Die Specs sind nicht sonderlich erfrischend. Ob das Smartphone auch in Deutschland auf den Markt kommt, bleibt abzuwarten. Liked und folgt mir von mir.